Diese kleine Maus hat gegen die schnellen Reflexe der Katze keine Chance. Doch was für uns aussieht wie ein grausames, sinnloses Spiel, ist einfach nur Natur pur. Baby Katze Blanka folgt ihren Instinkten. Sie schult ihre Fähigkeiten bei der Jagd. Ohne dieses Spiel würde sie später in der freien Wildbahn verhungern. Doch dieses Video von Miroslav Pitrak beweist, dass auch kleine Jäger manchmal ganz überraschend das Nachsehen haben. Denn Henne Hanna folgt auch bloß ihren Instinkten. Was kaum einer weiß, Hühner sind keineswegs Vegetarier. Sie fressen alles, was sie in einem Stück verschlingen können. Sogar Mäuse. Und das weiß jetzt auch Baby Katze Blanka.